Ja, hallo liebe App-Gefahren-Nutzer, wir sind hier gerade in die Applikation Flapcraft gegangen und möchten euch einfach mal das Spiel kurz vorstellen. Das kostet im Moment nur 79 Cent, sonst 1,59. Der Preis liegt jetzt schon etwas länger bei 79 Cent, nämlich seit Ende Oktober. Wir haben das Spiel jetzt rausgekramt und wollen euch einfach mal zeigen, was man hier machen muss. Man geht hier einfach auf Play und hat dann hier die Auswahl zwischen einem Training, Easy, Normal, Hard und noch zwei andere, die jetzt verschlossen sind. Wir haben schon etwas gespielt und befinden uns hier gerade in diesem Level. Und ja, die App ist leider nur auf Englisch, aber das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Vor jedem Level wird uns angezeigt, was wir machen müssen, damit wir das erfolgreich abschließen können. Jetzt müssen wir halt hier diesen Ballon erwischen. Wir schauen einfach mal. Das erfolgt über Bewegungssteuerung, deswegen werde ich das iPad jetzt ein wenig drehen. Mit einem Tab kann man hier starten und wir schauen doch einfach mal hier, wo der Ballon ist. Ah, da oben ist er. Okay, wir haben es doch noch geschafft, das hat gereicht. Und damit ist dieses Level jetzt abgeschlossen. Wir machen es mal schneller und fliegen zu Boden. Und sehen dann hier, Complete. Und bekommen dafür jetzt eine Auflistung an Punkte, wie weit wir geflogen sind, wie hoch und wie schnell wir dabei waren. Und haben jetzt 866 Punkte insgesamt dafür bekommen. Und könnten die zum Beispiel hier in diesem Upgrade-Shop einlösen. Hier sieht man auch die Anzahl und was man auch schon besitzt. Hier, die nächsten sind etwas verschleiert, wie man sieht. 3500, 3900, 4600. Wir haben jetzt hier schon ein paar Raketen und diese Flügel bei uns an unseren Wikinger heran gepackt. Und ja, das nächste Level wäre hier 40 Viking Meter zu schaffen. Dazu einfach wieder auf den Bildschirm tappen. Einmal und dann geht es hier los. Und da schauen wir doch einfach mal, ob wir das hier mit unserer Rakete hinbekommen. Und das sieht ziemlich einfach aus. Insgesamt gibt es keine richtige Anzahl an Level. Ich kann euch das auch gar nicht sagen. Allerdings sieht man schon, dass ich jetzt schon ziemlich weit bin. Wir gehen einfach mal hier auf Upgrades. Und haben jetzt hier entweder die Auswahl zwischen so einem Baumstamm hier oder noch einem neuen Dashboard. Wofür das genau da ist, weiß ich nicht. Wir nehmen das jetzt einfach mal hier. Shows Current Altitude Information. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so interessant. Was macht der hier? Yeah, nehmen wir doch das mal. Und sagen nochmal Back. Und jetzt steht hier, touch the bushes and then fly up three times in a row. Okay, das probieren wir doch einfach mal aus. Mal schauen, ob wir das schaffen hier mit der Bewegungssteuerung. Also man soll dreimal, so natürlich nicht. Und jetzt sieht man auch, man ist abgestürzt. Oben wird übrigens immer angezeigt, was wir auch machen müssen als kleine Grafik. Wir versuchen das Ganze nochmal. Ah, das ist gerade nicht so einfach, wenn man das iPad nicht in der Hand hält. Aber wir machen hier mal noch einen Versuch. Okay, einmal haben wir geschafft. Zweite Mal. Ich hoffe, man sieht auch noch alles. Und das dritte Mal jetzt auch. Und jetzt könnten wir einfach noch ein bisschen weiter fliegen, aber auch jetzt hier zu Boden. Denn die Aufgabe wurde erfüllt. Komplett. Und wir bekommen jetzt eine neue Aufgabe. Wir schauen auch einfach mal, was es hier noch gibt. Find a sea monster. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach mal recht weit fliegen, um hier auch irgendwas zu finden. Wo das auch immer jetzt sein soll. Wir fliegen einfach mal ein Stückchen weiter hier. Vielleicht ist ja gleich irgendwo ein See oder ein Fluss. Und da ist es. Wir mussten einfach nur ein Stückchen weiter fliegen. Und haben das auch auf Anhieb geschafft. Ganz nett. Ja, das geht jetzt immer so weiter. Man bekommt immer neue Aufgaben. Neue Aufgaben, was man machen muss. Jetzt soll man hier unten die Büsche für 5 Sekunden berühren und da drüber fliegen. Hat hier im Upgrade Store natürlich noch ein paar Items, die wir jetzt noch nicht freigeschaltet haben. Man bekommt immer Punkte pro Runde auch, wenn man es mal nicht geschafft hat. Allerdings erfüllt man die Aufgabe, dann bekommt man natürlich so zwischen 600 und 1000 Punkte. Und dann kann man auch die Items recht schnell freischalten. Das Einzige, was wir hier bemängeln, ist die Anzahl der Level. In jedem dieser Pakete ist zwar grob geschätzt 5 bis 7 einzelne Aufgaben. Vielleicht kann es auch ein paar mehr sein. Aber wie man sieht, gibt es hier einmal dieses Training. Das ist ziemlich langweilig. Dann hat man hier 1, 2, 3, 4 und hier der fünfte. Ja, grob geschätzt 30 Aufgaben vielleicht insgesamt. Und das ist schon etwas mager. Die Bewertung im Upgrade ist auch dem ausgelegen. Wie wir es hier auch jetzt gerade sagen, etwas wenig Level. Ansonsten wirklich nett gemacht. Die Aufgaben sind anfangs ziemlich einfach. Danach kann man mal an manchen Aufgaben etwas hapern oder muss auch mal öfters ansetzen. Die Applikation ist für das iPhone und für das iPad, kostet derzeit nur 79 Cent. Die Applikation ist für das iPhone und für das iPhone.